Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Donnerstag, der 3. November 2022. Mein Name ist Norbert Giesow. Ja, gestern habe ich ja ausführlich über den rückläufigen Mars gesprochen. Und heute, weil auch wieder nicht so entscheidende Transite-Aspekte da sind, zumindest bis zum Vollmond am Dienstag, kommenden Dienstag, die Mondfinsternis, kommen wir noch drauf, möchte ich heute mir mal den Jupiter vornehmen. Denn Jupiter ist jetzt gerade wieder zurückgekehrt in die Fische. Ja, Jupiter ist ja der größte Planet unseres Sonnensystems. Er ist der Herrscher im Zeichen Schütze und war früher auch Herrscher im Zeichen Fische, bis Neptun ihn abgelöst hat und ist jetzt nebenherrscher im Zeichen Fische immer noch. Ist also immer noch auch ein ihnen vertrautes Gebiet. Und Jupiter, Zeus ist ja der Göttervater und Jupiter möchte immer gerne ansagen, wo es lang geht. Und irgendwie, er glaubt, er ist der Schlauste und der Beste und der Größte. Und in gewisser Weise stimmt das auch zum Teil, obwohl er Jupiter sich dann auch gerne verheben kann, indem er einfach glaubt, dass viele Dinge so passieren, ohne dass man da Arbeit reinstecken muss. Also fällt ihm so in den Schoß und da hat er dann die Rechnung ohne Saturn gemacht. Ja, Jupiter ist jetzt gerade wieder vor kurzem zurückgekehrt ins Zeichen Fische. Jupiter ja zur Zeit noch rückläufig in seiner rückläufigen Phase. Und Jupiter wird bis zum 20. Dezember in den Fischen bleiben, wird aber nur die letzten beiden Grade hier berühren und wird dann am 20. Dezember wieder in den Widder zurückkehren und bleibt dann im Widder bis Mitte Mai 2023 und dann geht es direkt weiter in den Stier. Ja, also Jupiter nochmal zurück für noch nicht mal zwei Monate im Zeichen Fische. Was bedeutet das? Das verstärkt natürlich hier nochmal die Qualität des Sternzeichens Fische, in dem ja heute auch der Mond läuft, in dem sich seit 2011 der Neptun befindet und was hier heute von den vielen Skorpionplaneten, naja, also Merkur, Sonne und Venus, positiv bestrahlt wird. Also wirklich ein sehr starker Tag oder zwei Tage, die sehr stark vom Wasserelement bestimmt werden, von den Emotionen, von einer gewissen Nichtplanbarkeit. Denn das Zeichen Fische ist ja das letzte Zeichen im Tierkreis. Es ist vielleicht neben dem Skorpion das rätselhafteste, unergründlichste Zeichen. So wie das Meer am Anfang, wenn es nicht aufgewühlt ist, können wir relativ weit gucken, aber irgendwann in den Tiefen verliert sich der Blick und es wird schwarz und merkwürdige Kreaturen hausen da drin. Und das Zeichen Fische ist ja auch das Zeichen, wo es im Grunde darum geht, die Dinge so zusammenzubringen, dass ein Neuanfang im Wetter möglich ist. Also die Fische sind auch das Zeichen der Vereinigung. In den Fischen zeigen sich die Qualitäten aller elf vorangegangenen Zeichen. So wie ein Chamäleon verschiedene Farben annehmen kann, können die Fische eben auch verschiedene Farben annehmen. Mit ein Grund dafür, warum so viele auch berühmte Schauspieler Fische-Betonung oder Neptun-Betonung im Moroskop haben. Oder eben auch Jupiter-Betonung. Und um das Zeichen Fische und den Neptun und das zwölfte Haus dreht sich auch mein neues Buch, was ich inzwischen zu Ende geschrieben habe. Liegt jetzt bei meinem Bruder, der setzt das und macht das fertig. Und dann wird das bei BOD hochgeladen und dann kann es gekauft werden und dann sage ich euch noch Bescheid. Ja und mit Jupiter in den Fischen ist auch dieses Thema Erleuchtung, Erwachen, Erlösung. Aber auch ein Miteinander statt ein Gegeneinander. Alle diese positiven Attribute kriegen durch Jupiter jetzt nochmal bis kurz vor Weihnachten Rückenwind und eine gewisse Stärkung auch. Mir fällt das im Grunde jeden Tag auf im Straßenverkehr. Also wie gut laufen die Dinge, wenn wir miteinander im Straßenverkehr agieren und wie kompliziert und schwierig und gefährlich wird es, wenn wir gegeneinander agieren. Also Fußgänger, Fahrradfahrer, Autofahrer, Lkw-Fahrer, Busse etc. Die Straßen sind ja oft sehr, sehr voll und eng. Und dann sieht man eben oft die Geisteshaltung bestimmter Menschen, die irgendwie meinen, sie müssen jetzt irgendwie sich da durchsetzen. Und daran sehe ich eben exemplarisch, wie gut die Dinge funktionieren würden, wenn wir miteinander agieren würden, statt gegeneinander. Denn Mond, Neptun und Jupiter in Füssen sprechen ja auch ganz klar von der Nicht-Getrenntheit, dass diese Getrenntheit, die wir empfinden, letztlich eine eingebildete, eine ausgedachte ist und dass es diese Getrenntheit in dieser Form so gar nicht gibt. Wir sind alle miteinander verbunden auf eine viel tiefere Art, als das den meisten von uns bewusst ist. Und so ist ein gegen den anderen letztlich auch ein gegen mich. Das sind alles Lektionen im Zeichen Fische. Jetzt nochmal zu den heutigen Konstellationen. Gestern Abend um 19 Uhr 46 ist der Mond ins Zeichen Fische gelaufen. Hier wird er bleiben bis in der Nacht zum Sonnabend, also auch morgen am Freitag. In der Nacht zum Sonnabend um 0.07 wechselt dann der Mond in den Widder und läuft dann in den darauffolgenden Tagen immer mehr in die Opposition zur Sonne. Und dann kommt es eben am kommenden Dienstagmittag kommt es dann hier zum Vollmond im Zeichen Stier, der ja gleichzeitig eine totale Mondfinsternis ist und wo auch das Quadrat von Uranus und Saturn nochmal angesprochen wird. Also bis dahin können wir sicherlich damit rechnen, dass eine bestimmte Spannung sich noch weiterentwickeln wird. Und nach dem Vollmond sollte das allerdings dann allmählich ruhiger oder entspannter werden. Hoffen wir mal darauf. Morgen am Freitag dann wie gewohnt die Aussichten zum Wochenende, wo ich dann auch nochmal oder nochmal ein bisschen ausführlicher auf den kommenden Vollmond eingehen werde. Für heute wünsche ich uns allen einen schönen Donnerstag und sage Tschüss und bis dann.